Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs, sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutsche Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.